Ja, wir wollen natürlich versuchen, auch drei Punkte mitzunehmen. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass uns eine harte Gegenmehr beforscht. Wir wollen in der März sagen, dass wir heute in der März Pentad Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, also es ist wirklich so, dass die Ministerin in einem halben Jahr auch gefällt und dass das wie eigentlich im Derby ist, wenn gegen Algerien oder vielleicht auch dann Tunesien oder so spielt, dass das streng intensiv ist. Ich glaube aber allgemein, dass die Spiele gegen Ali, wenn wir auswärts spielen, dass da jeder natürlich versuchen will, Spiele also Punkte mitzunehmen, ob sie gewinnen wollen, ob sie vielleicht mit einem Punkt zufrieden sind. Das sind wir gewohnt hier und dementsprechend ist uns eben das auch bewusst, dass das morgen ein intensives Spiel wird. Aber unsere Spiele können auch mit dem Druck umgehen. Sie können mit der Situation umgehen, dass es ein Auswärtsspiel ist, dass der Gegner mit den Zuschauern natürlich alles versuchen wird, die Punkte hier zu behalten. Und dementsprechend gilt es für uns, diese Ruhe zu bewahren und einfach auch zu wissen, was wir wollen und was wir dann den Sprechwerb umsetzen müssen. Vielen Dank. Das ist eine große Herausforderung. dass wir auf 3 Nokad irgendwie sagen. Wir sind gerade in der Nekat, um alle Nekat im Internet zu machen. So können wir hierica, wir wollen wir betrachten auf den Nekat gehen. Wir können wir morgen mal die Nekat machen. Wir wollen es mit der Nekat gehen. Ich bin einlöser Nekat. Man muss betrachten, dass du in der Nekat gehen. Wir wollen es, wir wollen es abschern. Wenn du es mit dem Nekat tun, wenn du es mit der Nekat gehen, wenn du mit der Nekat gehen, vor ich gerne dann aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.